Hallo, ich bin Fran. Ihr wisst es schon. Aber ich bin hier im Schwimmbad und ich lerne zu schwimmen. Zuerst will ich zu meiner Mutter gehen, zu meiner Mutter schwimmen. Und sie geht weiter. Und ich sage Stoff. Und jetzt will ich schwimmen. Nochmal. Okay, ich habe es bis dazu hier geschaffen. Und jetzt probiere ich ein letztes Mal und dann will ich dann doch schwimmen. Springen. Okay, jetzt gehen wir da und ich werde da springen. Finde gut. Sehr gut. Ich werde das nochmal machen. Und dann wird meine Mutter mir sagen, was sie sollte machen. Ich werde das Republican als heute machen. Ich werde das anhören. Ich werde das nicht mehr schauen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.